Game Keys, Game Cards, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz kleinen Infovideo. Und zwar, wie ihr wisst, ist ja, Crysis, oder wird ja bald Crysis 3 erscheinen, am 26.12.2013. Und mein Sponsor, MMOGA, hat das hier ein bisschen runtergesetzt, und zwar um 10 Euro könnt ihr, also für 40 Euro könnt ihr es hier euch vorbestellen. Link in der Beschreibung und dann einfach auf Kaufen drücken, dann landet ihr, Moment, ich kann das ja auch einmal alles zeigen, dann landet ihr hier, ich habe jetzt zwei, weil ich jetzt schon zweimal draufgeklickt habe, so ein, und dann könnt ihr hier weiter zur Kasse gehen, oder vielleicht noch euren Einkauf fortsetzen, oder nach was anderem suchen. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, ich muss das Spiel jetzt mal wieder raussuchen, da, Crysis 3, könnt ihr euch vorbestellen, und, ja, hier unten sind auch so ein paar Informationen hier, Minimum, bla bla bla, mein PC ist in etwa... So ein Mittelding zwischen Empfohlen und Hochleistung, zum Beispiel habe ich die Radeon HD 6870, das ist ja so ein Mittelding, also ich bin so bei Empfohlen, aber hiermit bin ich ein bisschen über Empfohlen. Ich weiß gar nicht, welchen Prozess habe ich denn, Moment Leute... Ich habe den hier, X4 und dann... 960T, also auch ein bisschen besser, und ich habe mehr RAM, also... Crysis 3 werde ich mir auf jeden Fall auch bestellen, weil, das Empfohlen habe ich, und... Da kann man bestimmt was Schönes zocken, und 1 GB Grafikkarte habe ich locker. Ähm, ja, wie gesagt, so nebenbei ist auch erwähnt, hier, jetzt nehmen wir jetzt mal zum Beispiel EA Games, ähm... Battlefield 3 Premium, richtig schön günstig, hätte ich das mal gewusst, ähm... Ja, hier ist generell vieles immer recht günstig runtergesetzt, ähm... Ja, das war nun mal so ein kleines Hinweis-Video, weil hier schon Crysis schon günstig ist, ich werde es mir auf jeden Fall hier kaufen, weil ich weiß auch nicht, wo ich da sonst günstiger herbekommen soll, ähm... Ja... Könnt ihr ja mal vorbeischauen, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, und ich wünsche euch noch ein schönes... Ja, Wochenende, Wochenanfang, ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird... Äh, ja, ich sag mal bis dann, und Tschüss! Tschüss!